Hallo, hallo Cindy. Ich bin Autorin. Ich glaub, das sieht man. Also, ich bin 17 Jahre alt. Also, etwas älter als du. Und ich suche auch keine Freunde. Aber ganz, ganz, ganz doll viele Leser. Hm, es wäre echt ganz toll, wenn ihr mal meine Bücher lesen würdet. Und, ähm, ja, das wollte ich euch sagen. Und vor allem dir, Cindy. Hm, ja, weil Knopf und es sind doch auch ganz graf. Ja. Also, Tschüsschen. Tschüsschen.